Was wäre, wenn Schneepilz nicht auf den Donnerweg umgekommen wäre? Schneepilz und Stachelkralle waren ja Gefährten. Aber als Schneepilz starb, wurde Stachelkralle verrückt vor Trauer um sie. Und darum wurde er so böse. Dadurch hat Stachelkralle Tigerpfote brutal ausgebildet. Wahrscheinlich ist er auch mit ihm in der Nacht in den Wald der Finsternis gegangen, um dort noch mehr zu trainieren. Es könnte sogar sein, dass die unbekannte Kätzin, die er ausgebildet hat, Tüpfelfote war, die er im Wald der Finsternis trainiert hat. Darauf komme ich aber später noch einmal zurück. Rosenschweif würde noch leben, weil Schwarzstern sie unter der Herrschaft von Tigerstern getötet hat. Auch Steinfeld würde noch leben, da Schwarzfuß ihn unter der Herrschaft von Tigerstern getötet hat. Vielleicht wäre Schwarzstern nie Anführer geworden, weil er nur durch Tigerstern als dieser starb Anführer wurde, da er da zweiter Anführer war. Vielleicht wäre Blaustern nie durch den Klippenfall gestorben. Großjunges wäre ziemlich sicher noch am Leben, da sie ja nur gestorben ist, damit Schneepelz sich im Sternenklein um ein Junges kümmern konnte. Es wurde ja bestätigt, dass sie heiler Katze geworden wäre. Dadurch wäre sie Federbarts Schülerin. Da Tüffelblatt dadurch keine Heilerin werden könnte, wäre sie wahrscheinlich Kriegerin geworden. Vielleicht wäre sogar Stachelkralle ihr Mentor gewesen. Wahrscheinlich wäre sie dann genauso brutal gewesen wie er und hätte sich wahrscheinlich später auch Tigersternsgruppe angeschlossen. Dadurch wäre sie gegen den Kampf gegen den Schattenklein nicht gestorben. In dieser Theorie würde wahrscheinlich Rabenfute sterben, da es hier keine Tüffelblatt gibt, die ihm hilft, nach dem Kampf seine Wunden zu versorgen. Entweder würde sich Feuerstern trotzdem in Tüffelblatt verlieben, weil er ihre Art mag, oder würde sich, wie es im Buch auch ist, in Sandsturm verlieben. Latze hätte wahrscheinlich nie wirklich die wichtigen Nachrichten vom Sternenklein erhalten, da sie die meisten in den Büchern vom Tüffelblatt erhalten hat. Wie gesagt, war das eine Theorie, alles meine Meinung, ihr könnt anderer Meinung sein oder gleicher, das ist mir egal.